Musik Besuch bei Professor Arno Brecker, dem Schöpfer hervorragendster Werke neuer deutscher Plastik. Aus der kleinen Tonskizze entsteht in immer größeren Maßstäben das Bildwerk die Bereitschaft, dessen endgültige Höhe 15 Meter betragen wird. Die Einzelteile des Werkes werden immer wieder überarbeitet. Dieses Relief, Aufbruch zum Kampf, ist für einen Monumentalbau an der Neuen Berliner Nord-Süd-Achse bestimmt. Im Rahmen der Neugestaltung Berlins und Nürnbergs erhielt Professor Brecker eine Reihe großer Aufträge. Die Unmuth Wake up Die Unmuth Musik Die Unmuth Musik 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 Bis zum nächsten Mal.